Ja, meine lieben Freunde, jetzt ist es soweit. Der Sieger steht fest. Torben Fischer. Torben Fischer hat das Bild gewonnen mit den fast allen Unterschriften, die wir an dieser Vereinstellung teilgenommen haben von den Pros. Ja, hier Daniel Coleman, Quirin Zech, Liv Boree natürlich, hier über den Herzen von Igor, Ronny Kaiser. Das ist die Unterschrift von Basimod. Das ist ja schon fast abstrakte Kunst. Wenn man mal genau hinschaut, ich und Jensen, wir haben uns hier totgedacht, wir haben eine halbe Stunde gebraucht, bis er die Unterschrift fertig gemacht hat. Ja, Martin Gravel, Ronny Kaiser, habe ich schon gesagt, Leo natürlich steht für Skings. Kennt jeder, Max, alter Gott. Ja, und, und, und. Also ihr seht, das Bild existiert, noch hinsch bei mir an der Wand, aber das kommt jetzt weg, das kommt in die Verpackung. Und dann geht es auf den Weg mit der Post zu dir. Und du bekommst deinen Gewinn. Ich denke mal, das wird bis Montag dauern, weil morgen ist Feiertag. Heute Donnerstag, ja, Freitag, Feiertag, dann denke ich mal, Samstag oder Montag wird es bei dir sein. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Ich tausche schon mal aus, damit ich es einpacken kann, weil dieser Platz ist reserviert. Und das zeige ich euch für was. Na, aber für was wird es reserviert sein? Natürlich, natürlich. The best of. Na, ein bisschen noch gerade hinhängen. Siehst du, ausgetauscht, dein Bild wird jetzt verpackt. Dann geht es zur Post. Ich habe den Ersatz, noch ein bisschen ausrichten nachher. Und dann haben wir es. Ich freue mich schon auf nächsten Monat. Im nächsten Monat kommt wieder so eine Veranstaltung und da lassen wir etwas Besonderes einfallen. Und mal sehen, was dann Verlust wird. In diesem Sinne habe ich mich sehr gefreut, auch über die viele Post, die ich erhalten habe. Anfragen wegen Bildermachen und so weiter. Hätte ich nie gedacht. Dazu schon mal vielen Dank. Und wie gesagt, nächsten Monat gibt es wieder was von mir. In diesem Sinne, man sieht sich im Kings Casino oder im Livestream. Bis dann, euer Kings Rosario. Bis dann.